Okay Leute, also ich hoffe, es ist richtig mein Gedanke, dass ich mit meiner Evolver aufs Seil schießen muss. Probieren es einfach. So, ganz ruhig. Ich treffe ja nicht! Wie sollten das gehen? Ganz ehrlich! Da muss ich auf irgendwas anderes schießen, nicht auf das Seil. Ich setze einen kleinen Karten, wir sehen uns, wenn ich wieder an der Stelle bin, bis gleich. Oh! Ruben vermisst. Ruben Victoriano, geliebter Sohn der wohlhabenden Familie Victoriano, ist seit dem Brand auf den Familienanwesenden verschwunden. Hm. Okay, cool. So. Bin ich ja auf dem Holzweg mit dem Gedanken, dass ich auf das Seil schießen muss. Muss ich, vielleicht kann auch sein, dass ich da irgendwas, äh, an dieser Falle, äh, da irgendwie drauf zielen sollte, um das zu deaktivieren. Das wäre die zweite Möglichkeit. Ich weiß es wirklich nicht, Leute. Das ist mir krank. Ich glaube, ich habe hier gespeichert. Ja, das Fragment kann ich dann noch später noch aufheben. Also, nichts auf dem Weg. Kein Plan. So, ich mache jetzt mal Pause hier. Moment. Ach, hier oben muss ich wo drauf schießen? Alles klar, okay, 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 okay. Also doch auf die rote leuchtene Lampe. Weiß ich nicht. Also, das ist mein, also ich finde meinen Gedanken logischer, das Seil wegzuschießen, als, ähm, die Vorrichtung mit einem Revolver-Schuss deaktivieren zu können. Aber, ne gut, es hat jetzt so funktioniert. Alles klar. So, jetzt können wir das Fragment auch aufheben. Oh, in der Toilette wieder. Ich gucke jetzt in den Schrank jetzt hier mal rein. Da ist hier nicht gar niemand. Außer, die ist jetzt rechts von mir. Ne, weil vorhin klar ist es nämlich so, als ob da jemand im Schrank ist und wollte ich da nicht reingehen. Ach, guck mal eine an. Hier ist auch noch. Weg. Bist du tot? Warte, weg. Wie groß ist das denn, Leute? Okay. Ja, ja, das dachte ich mir. Da sah ich nämlich so aus, als ich hab nicht rechtzeitig reagiert. Auf keinen Moment, bitte. Nee, dass ich das Messer nicht aufheben kann. Ah, nee. Alles cool. Alles cool. Nehm ich mit? Nehm ich auch mit. So, ist das jetzt noch irgendwas? So was, ne? Nee. Ah, hier, Schleim. Ah, so schließt sich der Kreis. Da können wir jetzt hier auch wieder zurücklaufen, weil wir haben ja da noch nicht alles gesehen. Ist auch noch was. Das ist doch gerade? Ne, Leute, aber ich mein, das ist halt auch so, weil wir auch wieder schon viele geschrieben, du läufst da vorbei, du läufst da vorbei, du läufst da vorbei, man übersieht halt einfach was. Und wenn man bei einem Let's Play zuschaut, sieht man mit Abstand mehr, weil man muss sich nicht auf so viel konzentrieren, wie derjenige, der gerade aufnimmt. Ah, aber ich mein, gut, das ist so ein Thema, das können wir tausendmal ansprechen, dann wird trotzdem immer wieder kommen. Du hast das übersehen, das übersehen. Ist auch okay. So, das hab ich zum Beispiel auch übersehen. Hm? Ne, die Axt bitte. So, hier geht's noch lang. Okay. Diesmal können wir durch den Kamin. Ist das enttäuschend. Ja, guck mal eine an. Cool. Guck mal dann gleich mal. Und sie hatten auch ein paar gefragt, was in den zwei Fächern drinne war, wo die Aufnahme-Datei kaputt war. Das weiß ich, glaube ich, gar nicht mehr. Ich glaube, Munition für die Schrodi oder so. Also, nichts Tolles. Irgendwie so für sieben Schuss Schrodi oder sowas. Also, leider nichts zum Heilen, weil das finde ich eigentlich fast nur am besten. Es kommt nicht drauf an. So, wartet mal. Was ist jetzt hier alles? Boah, dann gehen uns jetzt hier langsam die Wege aus und ich habe immer noch keinen Code von dem Tresor. Ach ja, hier geht's lang. Stimmt. Ja, war ja was. Sehr gut. Können wir gleich mal benutzen. Zwei Stück müssen wir jetzt haben. Können wir auch warten, bis unser Leben ganz weit unten ist und dann den Koffer nehmen. Ja, auch eine Möglichkeit, aber nicht. Kommt, das ist mal voll. Das ist ja gekrabbelt. Na gut, dann weiter. Haben wir erstmal eine Axt. Mit der Axt fühle ich mich immer ein bisschen besser. Noch mal? Wie geht das denn noch? Hoffe ich, dass er jetzt hier erstmal speichert. Und bitte sag jetzt mal den Code für den. Probante Nummer 12. Test 71B. Elektronenplatzierung A2. Das ist eklig, ja. Noch ekliger. Das ist das, was ich mir in. Ursprung der Emotionen und Erinnerungen. Das Angstzentrum. Nein. Nein. Bitte nicht. Nein. 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 Probante fühlt nun wie ich. Doch dieses Gefäß ist viel zu schwach, um die seelische Belastung zu überstehen, die ich täglich erfahre. Also befallt. Wo muss ich denn hinschießen? Dann macht das keinen Spaß. So oben. Ich muss das Angstzentrum treffen, glaube ich. Ich habe aber... Bei mir, ich will hier jedes Mal leben, sehe ich gerade. Probante Nummer 12. Test 71B. Elektronenplatzierung A2. Stimulation der Amygdala. Ursprung der Emotionen und Erinnerungen. Das Angstzentrum. Hm. Ob die die Linie hier zielen, oder was? Bitte. Bitte nicht. Nein. 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 Probante fühlt nun wie ich. Doch dieses Gefäß ist viel zu schwach, um die seelische Belastung zu überstehen, die ich täglich erfahre. Das macht mich gerade stinksauer hier. Hier ist bestimmt irgendwo ein Hinweis, oder? Ja, das hilft mir nicht. Da kenne ich nichts dran. Da muss irgendwo ein Hinweis sein, wo ich hinzielen muss. Ich erkenne da nichts, Leute. Fuck. Probante Nummer 12. Test 71B. Elektronenplatzierung A2. Stimulation der Amygdala. Ursprung der Emotionen und Erinnerungen. Alles klar. Hier, Leute. Das ist ein Angstzentrum. Nein. Nein. Bitte. Bitte nicht. Nein. 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 Probante fühlt nun wie ich. Doch dieses Gefäß ist viel zu schwach, um die seelische Belastung zu überstehen, die ich täglich erfahre. Ich muss das Angstzentrum treffen, so wie ich das sehe. Also hinten das Rode. Oder? Diese Dinge sind ja da nur drin, damit man sich orientieren kann, letztendlich. Also weiter rechts. Hier ungefähr muss ich es hinziehen, so wie ich das sehe. Okay. Super. Tut mir echt leid, dass ich da jetzt auch vorbeigeschossen habe. Weißt du was? Wollen wir, nö, wir können dann ein bisschen Leben verlieren. Hat er gerade gespeichert. Eins, zwei Mal dürfen wir noch getroffen werden. So, das hätten wir auch. Ich bin jetzt langsam, äh, ich bin jetzt mal irritiert, weil wir brauchen nur diesen verdammten Zeilencode. Für den Tresor. Und deswegen habe ich nichts gefunden und ich habe jetzt, glaube ich, alles abgesucht. Aber egal, wir gehen jetzt erstmal zu dem Tor zurück und gucken mal. Und sonst muss ich probieren. Oh Vater, wenn du nur wüsstest, wie erfüllend ein Gesichtsausdruck ist. Hast du gedacht, dass ich mich in Luft auflöse? Wenn du mich einsperrst? Aus den Augen war es den Sinn. Hast du? Das hast du, nicht wahr? Nun, du bist mir nie aus dem Sinn gegangen. Ich hoffe, ihr seid stolz auf euch. Okay. Also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist das auch immer der, der immer der böse ist und so mal hier verfolgt und so weiter. Dann hat er jetzt hier seine Eltern getötet, wie es aussieht. Die leider keinen Zettel in der Tasche haben, wie der Code ist für den Tresor. Also, ich kann mit den Eltern nichts machen. Und vorhin lagen die, glaube ich, auch noch nicht hier. Die sind jetzt erstmal wieder zugekommen, glaube ich. Was würde ja eigentlich Sinn machen, dass hier irgendwo da ein Hinweis wäre oder ein Zettel oder irgendwas, aber ich finde jetzt hier leider nichts. Vielleicht auf dem Bild, wo man so drauf gucken konnte. Ich weiß es nicht. Ja, wir gehen erstmal zurück hier. Irgendwie gehen wir das schon hin. Ist ja auch nichts mehr. Nehmen wir jetzt einfach den Weg hier. Auf jeden Fall kann ich jetzt schon sagen, so ein cooles Level wieder. Aber eigentlich haben wir hier alles abgesucht. Denke ich. Zumindest. Jetzt nur noch eins. Richtig. Und das kommt von da rechts. Können einfach mal dem Rohr folgen. Und das kommt wahrscheinlich von dem Tresor, schätze ich mal. Mal gucken, ob hier wieder was ist. Nein. Hier kommen wir nicht rein. Könnte sein, dass hier auch durchgeht durch den Kamin. Also über den Flügel machen wir das nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das über den Tresor dann lösen. Also rein theoretisch müsste man ja meinen, dass der Hinweis für den Zahlencode oder den Tresor hier irgendwo ist. Also das wäre ja zumindest wahrscheinlich. Vielleicht irgendwie auf einem Bild oder so. Ach guck mal. Hier ist das Bild vollständig. Ich kann ja nichts machen. Können wir das nicht irgendwie abreißen oder so? Und dann steht da hinter der Zahlencode, keine Ahnung. Ich hau jetzt erstmal jetzt hier rein. Ich kann das doch jetzt ja nicht. Ich müsste ewig rumprobieren. Das würde ewig dauern. Das kann es nicht sein. Es hat irgendwas mit dem Bild zu tun. Das ist ja, guck mal, das ist ja auch durchgeschnitten. Aber hier ist die untere Hälfte. Bei dem anderen ist er nicht. Oh, hier finde ich nicht. Irgendwas mit dem Bild. Irgendwas mit dem Bild. Aber ich konnte da ja auch nichts machen. Ich konnte es nicht abreißen und gar nichts. Ich würde trotzdem nochmal zu dem Bild zurückgehen. Hier kann ich nichts machen. Okay, Leute. Ich gehe nochmal zurück. Die Leiter hoch und dann, wo man auf das Bild gucken konnte. Vielleicht können wir jetzt irgendwas machen. Ich kann es mir aber eigentlich nicht vorstellen. In dem Raum war ja auch nichts mehr gewesen. Waren wir es ja schon tausendmal. Ach doch, da ist einer. Oh, der ist schier. Alter Schwede. Okay. Jetzt ist... Hallo, ist da Eisenbahn. Rechnet ja auch keiner. Aber genau für sowas habe ich mir aufgehoben. Guck mal hier. Hier ist die Familie, Leute. Links haben wir sozusagen den, der uns ständig jetzt verfolgt. Wenn ich das richtig verstanden habe. Hat die denn jetzt auch einen Blumen in der Hand? Kann man sagen, hm? Also oben ist der Vater, unten ist die Mom. Und rechts ist das die Schwester dann, oder was? Und die ist auch... Die mochte wohl nicht. Hier, guckt mal. Ja, drüben ist das andere. Aber ich kann damit nichts machen. Hier unten ist auch so eine Schatulle. Da sind beiden ist nichts drin. Achso, das wäre vielleicht mal eine Option gewesen, dass ich da auch mal noch um... Moment mal eben. Kann ich mich hier noch umgucken, zufällig? Ich kann mich nicht mal umschauen. Okay, Leute. Ähm, kein Plan. Das Ding ist, ich kann ja auch überhaupt nichts machen, wenn ich hier auf die Bilder schaue oder so. Und ich kann mich ja nicht mal umgucken. Äh, ich werde jetzt einfach wieder in den Raum gehen mit dem, äh, Wandsail. Und, äh, wer hat da einfach nach so langen Publikum, was ich hinbekommen habe. Ich habe gefragt, ob das Smart & Clover ist. Und, also, ich, ich, ich wüsste nicht, ich will, also, ich gehe mal davon aus, dass man irgendwo den Code findet. Eventuell das mit dem, was mit den Bildern zu tun haben könnte. Aber, ähm, ich, ich, äh, wüsste nicht. Auf jeden Fall kriegen wir über diesen Safe, dann, äh, kommen wir irgendwie wahrscheinlich zu dem Dritten gehören. Daher sieht man ja schon ein paar Rohr hier. Wir gucken mal. Wenn ich jetzt merke, dass es dauert zu lange, dann arbeite ich wieder mit Katzen, okay? Helfast vorhin, weil hier ist das Bild komplett und, äh, ansonsten ist es immer so geteilt. Oben den Hinweis wäre echt cool gewesen, so. Naja, es gibt, naja, so viel, so lange wird es gar nicht dauern. Ich muss einfach nur, ähm, 25 Mal das hier machen, was ich gerade mache. Ne, ich kann ja sonst nichts anderes machen, so. So, dann die 3. Und ich setze mal einen Cut jetzt, bis es klappt, okay? Meine Güte ist das stumpf. Okay, ich hab's gefunden, den Code. Schön, hat gar nicht so lange gedauert. Na gut, Leute, dann auf, auf zum Dritten gehören. Alter. So, okay, und da ist auch wieder die Anleitung, wunderbar. Was? Okay, äh, C4, das ist das blaue. Hoffnung. Das ist vorne. Aber ist das schon korrekt, oder was? Ne, ist noch nicht korrekt, das ist so weit unten, wie ich das sehe. Kann ich hier noch die Nase... Ne, die Nase... Das müsste hier irgendwo sein. Moment mal eben. Ich würde sagen, ungefähr hier. Da. Okay. Irgendwann mal erstmal gespeichert. Also, es ist natürlich nicht das Herrenhaus aus Resident Evil 1. Aber es ist trotzdem daran angelehnt, ein bisschen. Und warum sollten wir spenden? Hat die Klinik irgendetwas von Wert hervorgebracht? Deine Familie hat bisher immer einen großzügigen Beitrag geleistet. Wo sind deine Eltern? Sie sind weg. Wann kommen sie zurück? Gibt es sonst noch was zu besprechen, Doctor? Ich wollte dich darüber informieren, dass die Klinik dir nicht länger Unterstützung und Materialien zur Verfügung stellen kann. Du wirst deine Forschung kaum aufrechterhalten können. Wie kannst du es wagen, hierher zu kommen und mir zu drohen? Scheiße! Ich wund's mir nicht. Ich muss mich vorfragen. Okay. Ist aber eine krasse Entwicklung irgendwie, wenn man es vergleicht, mit dem ersten Gespräch. Vor allem. Am ersten hat er sich selber irgendwie noch für ein Monster gehalten. Er hat Zuspruch vom Doktor bekommen. Und jetzt? Ja, und die Eltern, ne? Wo sind sie wohl? Wir wissen es ja. So gut, Leute, machen wir zurück zur Tür. Jetzt müssen wir hier aufgeben. Wir haben aber auch Zeit. Allerdings.